Hallo und herzlich willkommen zu eurem wetter.net. Ich freue mich wieder sehr, euch alle begrüßen zu dürfen. Und hier die gute Nachricht direkt zuerst. Das Wetter, es spielt mit. Wir sind hier im Moment alle sehr erpicht darauf, ordentlich durchzulüften, gründlich durchzulüften. Und das sollte, was die Temperaturen anbelangt, überhaupt kein Problem sein in den kommenden Tagen. Denn wenn wir einmal den Wetterfilm betrachten, da sehen wir hier dieses Tiefdruckgebiet. Und dessen Warmfront bringt sehr warme Luftmassen, sehr milde Luftmassen mit einer Südwestströmung zu uns nach Deutschland. Schauen wir uns einmal den Luftmassenfilm an. Da können wir diese Entwicklung auch nochmal sehr gut beobachten, wie wirklich diese milden bis hin zu warmen Luftmassen zu uns kommen. Wir reden hier von Temperaturen in 1500 Metern. Und dann schauen wir uns hier mal am Alpenrand am Mittwoch die Temperaturen an. Und da sehen wir, wir können bis zu 21 Grad erwarten. Aber selbst im Norden werden wir 9 Grad erreichen können. Ja, und das sind dann am Boden. Wir haben Oktober. Die Sonne ist nicht mehr ganz so stark. Ungefähr 10 Grad drauf gerechnet. Schauen wir uns aber jetzt erstmal die Entwicklung, die Wetterentwicklung der kommenden Tage im Einzelnen an. Und da sehen wir hier jetzt die kommende Nacht. Und da gibt es einige Regionen des Landes. Da gibt es zum Teil einen sternklaren Himmel. Da werden die Temperaturen auch recht frisch ausfallen. Wir sehen, es gibt aber auch recht dächte Bewölkungen hier im Nordwesten. Da sind die Temperaturen dann ein wenig milder. Insgesamt das Ganze bei Werten zwischen 8 und 0 Grad. Jetzt schauen wir uns den morgigen Dienstag an. Und wir sehen, hier ist er dann da. Der goldene Herbst, der Indian Summer. Viele bevorzugen den Begriff. Dann sehen wir aber, ab der Mitte des Landes müssen wir mit Wolken rechnen. Und vor allen Dingen vom Nordwesten her müssen wir auch mit einer dichten Bewölkung rechnen. Und aus dieser wird es regional auch immer wieder den ein oder anderen Regenguss geben. Das Ganze bei wirklich milden Temperaturen. Schon jetzt hier am Dienstag 12 bis 20 Grad. Das ist ein ordentliches Temperaturgefälle. Aber 12 Grad, auch das unter den Wolken nicht zu kühl für den Oktober. Schauen wir uns jetzt die Aussichten, das Wetterprogramm für die kommenden Tage an. Und da sehen wir diese Wetterzweiteilung. Die ist weiterhin gegeben, vor allen Dingen am Mittwoch und am Donnerstag. Wir müssen vor allen Dingen mit dichten Wolken und zum Teil auch mit böigem Wind im Norden rechnen. Und vor allen Dingen im Nordwesten, da bricht dieser Zustrom an Regenwolken eigentlich nicht ab. Und ab der Mitte des Landes gibt es einen freundlichen Mittwoch sowie einen freundlichen Donnerstag. Das Ganze bei wirklich sehr warmen Temperaturen. Wir sehen die Spitzenwerte am Mittwoch zwischen 15 und 24 Grad hier am Alpenrand. Schauen wir uns den Donnerstag an, da sind die Temperaturen dann nicht mehr ganz so mild. Aber da erreichen wir nichtsdestotrotz weiterhin Temperaturen von über 20 Grad. Wir sehen es auch hier im Nordosten. Selbst bei Regenwolken können wir da nochmal die 20 Grad am Donnerstag erreichen. Jetzt betrachten wir den Freitag und wir sehen, da hat sich etwas getan. Die Regenwolken haben sich landesweit breit gemacht. Nur im Nordosten, da kann die Sonne scheinen. Das Ganze dann bei Temperaturen, die nicht mehr die 20 Grad Marke knacken. Wir sehen hier Höchstwerte am Tag zwischen 12 und 18 Grad. Was aber mal sehr interessant ist, ist der Bewölkungsfilm am Mittwoch. Und da sehen wir, wie hell, wie aufgeklart vor allen Dingen es im ganzen Süden ist. Und umso weiter wir Richtung Norden gehen, umso dunkler, umso wolkenreicher wird der Himmel. Dann schauen wir uns nochmal die Temperaturen in 1500 Metern an, nochmal farblich dargestellt. Und auch da können wir diese Diskrepanz erkennen. Wir sehen hier im Süden gibt es dann nochmal Temperaturen von bis zu 17 Grad in 1500 Metern und 8 Grad, 9 Grad im Norden des Landes. Selbst das ist immer noch warm. Wir sagten ja, wir können nochmal so 10 Grad draufrechnen jetzt zu dieser Jahreszeit. Also 18 Grad im Oktober ist immer noch recht angenehm, aber kein goldener Herbst im Norden. Da bleibt es auch in den kommenden Tagen recht tristherbstlich. Darüber hinaus gibt es aber in den meisten Landesteilen einen wirklich goldenen Herbst. Das war es auch schon wieder von eurem Wetter.net. Wenn es euch gefallen hat, dieses Video, vergesst doch nicht zu liken und vergesst doch nicht unseren YouTube-Kanal Wetter.net zu abonnieren. Bis hoffentlich ganz, ganz bald.